Hallo und es kommt zu einer weiteren Folge. CSGO! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, CSGO. Oh Mann. So, CSGO. Profit, tot. Achtung, feindliches, verstärktes Geschütz gesichtet. So. So, von hinten. Eigentlich muss ich doch wieder losrennen. So, sowas dann klar. Ähm. Ja. Ich weiss es. Das habe ich gesehen. Achtung. Feindliches Rapps-Landeschiff im Operationsgebiet. Feindlicher Geist unterwegs. Wow. Ach, das ist... Schau, 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 schau. Oh. Ja, päh. Guckst du mal runter? Oh Mann. Die warten doch noch mit... ...richtigen Moment. Fuck. Ich denke, da stehen sie beim Spuren. Ich denke, da stehen sie beim Spuren. Ich denke, da stehen sie beim Spuren. Ja. Oh, das ist so. So, das ist... ... ... ... ... Aber ich habe einen zerstört. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich habe ihn neutralisiert. Sag ich noch. Boah, ich hasse ihn so. Ich hasse ihn. Ich kann auf den Ding jetzt ja wieder cool. Ja, ich hasse ihn. Oh, komm schon. Der ist voll ins Gesicht. Der ist voll ins Gesicht. Feindliche Drohne gesichtet. Kommt er. Wieso stirbt er nicht? Mit Flammen. Ich hasse diese. Also das sind wirklich die schlimmsten mit dem Flammenwerfer. Raus. Das ist so. Das ist voll ins Gesicht. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll ins Gesicht. Das ist voll ins Gesicht. Das ist voll ins Gesicht. Der Sieg leitet uns aus den Händen. Leg zu. Das ist voll ins Gesicht. Das ist voll ins Gesicht. Dann steht er dort. Und das ist sicher mit dem Nachziehgerät. Das ist voll ins Gesicht. 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 der Sieg isheim. Der Sieg ist 100? Das wurde regelrechte Arsch vers textbook, Gentlemen. Das ist krass. Die mit Zähne machen. Das war gar nicht mal schön. Machen wir direkt nochmal ne Runde. Das macht er. So. Direkt noch mal eine Runde. Exodos. Jetzt geht's los. Exodos. Ripper. Exist. Exodos. 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 Oh! Hm? Senti? Oh! Was ist der? Jetzt klamm ich doch vorbei! Jetzt noch keiner! Erst hier! Kommt! Das ist auch ein guter Ort! Muss man sagen. Da kommen sie noch von links, von rechts und so. Von mir führen wieder nicht. Wow! Genau, wenn ich die Granaten schiesse. Genau dann! Wir werden hier abserviert, Black Ops. Ein bisschen mehr Dampf. Achtung! Feindliche Vorräte von oben! Feind am Boden! Wow! What the fuck! Das hat jetzt die Punkte gegeben. Das hat die Punkte gegeben. Was? Damn! die klassiert überfordert und ohne glück naja ok meine lieben Freunde in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden wenn es euch gefallen hat dann lasst mal einen Daumen nach oben da schreibt doch ah ne das kommt nicht da hab ich es bald tschüss